Herzlich willkommen zu einem neuen Shop Video. Mich freut es wirklich extrem, wir haben mittlerweile die 75 Abonnenten erreicht und wir kommen im Ziel der 100 Abonnenten immer näher und es ist tatsächlich mittlerweile glaube ich ziemlich gut im möglichen Rahmen, dass wir diesem Monat noch die 75, äh die 100 Abonnenten erreichen, deshalb wenn euch die Videos hier gefallen und ihr mich supporten wollt, lasst gerne ein Abo da, sowie auch ein Like und schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare. Es ist auf jeden Fall extremer Support immer für mich und jetzt gucken wir in den Item Shop rein, was dort heute alles drin ist. Wir haben die Skins von gestern und wir haben eine Menge Disco Skins und zwar zum einen mal den Funky Kommando Skin, ähm hinten mit der goldenen Kugel, äh das Backpack sieht echt cool aus, auch der Skin an sich ist in Ordnung, ist jetzt nicht der beste Skin, die Variante mag ich irgendwie überhaupt nicht. Huch, was ist denn da passiert? Da, da. Auch geil. Däger, so. Ähm, ja. Die mag ich eher nicht. Ähm, hier mit normal ist der ganze in Ordnung auf jeden Fall der Skin, aber das Backpack sieht extrem cool aus, glitzert schön, gefällt mir. Dann haben wir hier Nullpunkt Strahlen als animierte Lackierung, sieht echt ganz cool aus die Lackierung, ähm, ich feiere alle Nullpunkt Lackierung, ist animiert, hat so richtig schön glänzenden, äh, ja Charakter. Sieht auch auf allen Waffen cool aus, wo auch auf dem Mech sieht das übelst nice aus. Ja, gefällt mir auf jeden Fall die Lackierung. Dann haben wir hier das Kaugummi Set, den Skin an sich mag ich jetzt nicht ganz so, das Backpack ist ganz nice für den, ähm, mit den Kaugummi Bällen da drin. Ist jetzt aber nichts allzu besonderes, hat auch einen zweiten Stil, gefallen ja beide nicht ganz vom Aussehen und ich finde da gibt's auch bessere grüne Skins. Aber den Kaugummi Knüppel, hat auf jeden Fall eine ganz nice Animation, dass wenn man hier im Prinzip draufschlägt, dass hinten die Kaugummi Blase größer wird, dann platzt sie nach dem dritten Mal. Ist ganz nett, ist jetzt aber auch nichts allzu besonderes. Aber noch die Kaugummi Bomben Lackierung ist immer nicht animiert, deshalb eher jetzt nicht ganz so gut die Lackierung. Ich bevorzuge immer animierte Lackierung, es gibt zwar auch ein paar, die ganz gut aussehen, aber das ist eine relativ schlechte, ähm, nicht animierte Lackierung. Dann haben wir Disco Trubel als Spitzhacke. Man hört hier auf jeden Fall immer ein paar, äh, Musik Sounds. Ist auf jeden Fall ganz nett, äh, glänzt die ganze Zeit, sieht echt ganz cool eigentlich aus. Kostet allerdings 1500 V-Box, was glaube ich für eine normale, epische Spitzhacke zu viel ist. Normale epische Spitzhacke, glaube ich, 1200 V-Box kosten. Selbst wenn ich sie ein bisschen zu teuer, hätte ich dann auch nicht ganz so empfohlen. Dann haben wir noch die Disco Diva als blauen Skin. Den Skin feiere ich echt, finde ich cool mit den ganzen goldenen Farben. Leider allerdings keine goldene, ähm, Kugel hinten dran. Nur eine silberne, denke ich mal, sollte trotzdem passen. Ist trotzdem ganz nice. Aber die Sturm Trooper, Trooperin, äh, ist auch ein ganz niceer Skin auf jeden Fall. Ähm, kann man sich gönnen. Als nächstes haben wir Disco Fever mal wieder. War auch schon Ewigkeit nicht mehr drin. Und ist so einer der OG epischen Emotes. Hat coole Musik und coole Moves. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir den Ion, ähm, Gleiter. Sieht echt ganz cool aus. Mit diesem Effekt, wie der sich aufbaut. Auch das Design gefällt mir. Nicht ganz cool und ist auch nicht allzu groß. Haben wir noch T-Pose. Ist auf jeden Fall ganz nice im Mod. 200 V-Bucks gehen dafür auch absolut klar. Dann gucken wir nochmal in den Rett-Welt-Modus. Und, äh, dann war es auch schon mit dem heutigen Shop. Nachher wird wahrscheinlich, oder nach der Schule. Heute beginnt wieder Schule. Deshalb, ähm, morgens kommen, oder vormittags kommen keine Videos mehr. Das sei denn, ich hab's schon vorproduziert. Sonst jedoch nicht. Ähm, und heute Nachmittag kommt dann ein, äh, Video zu weiteren Map-Änderungen, die noch auf der Karte kommen. Können dich auf jeden Fall schon freuen. Und wir haben heute das Super-Fernkampf-Lama drin. Lohnt sich nicht. Weiterhin das Upgrade-Lama lohnt sich meistens am meisten. Ja, hier drin Trollschatz-Lamas hätte ich noch bis zum dieswächigen Update oder bis zum übernächswächigen Update gewartet. Weil dann wahrscheinlich die Event-Lamas rauskommen. Äh, ja, und da lohnt es sich deutlich mehr. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Ähm, ja, und dann bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.